ja hallo ni hao schön dass du da bist ich hoffe du kennst mich noch ich bin der gerion und ich war in der letzten zeit nicht faul sondern ich habe viel recherchiert und herumprobiert und jetzt bin ich wieder da im letzten video stand die kultur chinas im fokus jetzt ist die religionsgeschichte des alten chinas das thema zuerst hatte ich vor im zwölf häppchen format zu drehen aber das ist mir zu lang geworden und jetzt wähle ich darum die sieben erleuchtende wörter methode die sieben wörter für diese folge lauten himmel philosophie dreieinigkeit volksreligion subkultur weisheit und jade holt ihr zum gucken am besten einen chinesischen tee oder einen europäischen kaffee und dann kann es losgehen ein gedankenexperiment die augen brauchst du nicht zu schließen stell dir einfach folgendes szenario vor du hast dich auf den weg zum allerhöchsten gott gemacht und bist vorgedrungen in die zentrale dieser welt dorthin wo die wirklichen mächte und gewalten gesteuert werden die physikalischen und die sozialen so bist du vorbeigegangen an bedeutenden engeln an zahlreichen halbgöttern und dringst jetzt vor in die zentrale der macht du gelangst zum thron des allerhöchsten aber auf diesem thron sitzt keine person sondern ein algorithmus eine mathematische formel kaum auszudenken dieses szenario für jemanden der in einer chinesischen kultur aufgewachsen ist kann das anders sein in der frühzeit der chinesischen religionsgeschichte gibt es eine gravierende änderung die an der veränderung eines schriftzeichens zu beobachten ist im hintergrund steht vor etwa 3000 jahren war die allgemeine vorstellung in china dass es einen allerhöchsten gott des universums gibt sein name shang di shang di das heißt höchster herrscher dann aber beginnt man die größte entität des universums nicht mehr als diesen gott anzusprechen statt des namens shang di tritt das zeichen tien in den vordergrund und dieses zeichen ist nicht mehr lange der name eines gottes sondern es hat einfach die bedeutung himmel das ist ein wechsel in der religiösen sprache aber auch ein paradigmen wechsel denn die religiöse leitvorstellung ist seitdem eine abstrakte größe der himmel ist zwar wie ein algorithmus oder ein physikalisches feld nicht einfach unstrukturiert er ist ein bezugssystem der in durchaus komplizierter weise ordnung und chaos darstellt im himmel kann durchaus ein gott oder mehrere götter sein aber der himmel selbst ist nicht personal wer ihn beherrscht ob ein anthropisches wesen oder nicht das können wir nicht sagen wir haben in der letzten folge bereits die orakel knochen gesehen bei orakeln wird nach einer gewissen zeit nicht mehr ein bestimmter gott gefragt sondern der himmel auch die gebete richten sich vielfach an den himmel mit dank bitte und klage und es kommt denn auch schon frühzeitig zur vorstellung vom tienming vom mandat des himmels die vorstellung ist der führer des volkes sei mit einem mandat des himmels ausgestattet aber wenn er erfolglos ist und etwa naturkatastrophen sich ereignen dann kann das ein zeichen dafür sein dass eben die loyalität aufzukündigen ist dass die höchste entität im universum kein personales wesen ist dieser gedanke klingt modern aber eigentlich ist der gedanke ja naheliegend denn das unpersönliche mächte über uns walten das ist doch eine konsequenz die die menschen schon von jeher aus ihrer lebenserfahrung ziehen können mein philosophischer lehrer elmar holenstein der übrigens auch einen guten essay band über china veröffentlicht hat hat einmal spekuliert schon bevor unsere spezies die grenzen afrikas überschritten hatte muss jemand das philosophieren erfunden haben und weil frauen in der kommunikation den männern überlegen sind wird das eine frau gewesen sein eine afrikanerin hat er gesagt der holenstein im antiken griechenland hat es jedoch eine blüte der philosophie gegeben in der standards gesetzt worden sind an denen man nun nicht mehr vorbeikommt und das waren allesamt männer die griechisch gesprochen haben die begrifflichen grundlagen und die klassischen texte wurden in einer frühen zeit formuliert und es hat sich nicht nur eine bestimmte form von philosophie etabliert sondern ein ganzes menü philosophischer traditionen auf die der denkende mensch zurückgreifen kann die europa prägende religion das christentum ist erst nach dieser zeit entstanden sogar ebenfalls überwiegend in griechischer sprache das menü philosophischer traditionen hat also die menschen in ihrem hunger nach geistiger orientierung nicht satt gemacht für mich der ich in meinem hauptberuf pfarrer bin ist das ein klarer beleg dafür dass die philosophie nicht wirklich vollständig taugt für die bedürfnisse des inneren menschen ähnliches bestätigt auch die entwicklung in china ganz grob gesagt zeitgleich wie in griechenland ereignet sich auch dort eine enorme blüte der philosophie auch hier entstehen klassische texte werden die großen fragen gestellt es ist die in china so genannte zeit der 100 philosophen oder der 100 schule und auch in china formiert sich die religiöse haupttradition erst nach dieser zeit ich bin ja in einer zeit aufgewachsen in der meine lehrer in der schule getragen wurden vom optimismus dass die menschen mit der zeit immer vernünftiger werden würden auf griechisch hieß das die geistesgeschichte bewegt sich vom mythos zum logos aber ist das so werden die menschen immer vernünftiger ich habe in der vergangenen woche einen prominenten corona leugner kennengelernt und das macht einen gar nicht optimistisch ich glaube auch dass der der meint dass die religionen im oberstübchen von der philosophie abgelöst werden sich täuscht und die entwicklung die sowohl china als auch europa nach ihrer großen philosophischen blütezeit genommen haben ist ein starkes argument dagegen so dass ich denke dass das leben mit der wg der religion in zukunft keineswegs leicht werden wird aber es wird immer spannend bleiben dieses gemälde aus dem 12 jahrhundert nach christus zeigt einen konfuzianer einen buddhisten und einen taoisten wie sie miteinander lachen dabei sind konfuzianismus buddhismus und taoismus sehr unterschiedliche heilslehren sie sind verstandesmäßig logisch kaum vereinbar und trotzdem bilden sie eine fröhliche gemeinschaft dass eine logische schwierigkeit unterlaufen wird durch religiöse axiome das dürfte einem europäer nicht ungewöhnlich vorkommen auch wenn viele europäer nur ganz wenig vom christentum wissen kennen sie doch den begriff der dreieinigkeit gottes logisch schwierig aber religiös gesetzt und für über 90 prozent der christenheit inklusive meiner die beste lösung einer schwierigen frage in der chinesischen geisteswelt gibt es die tendenz die drei hauptsächlichen heilslehren ebenfalls trotz logischer schwierigkeiten zu verbinden sie werden san jao genannt das heißt drei lehren sie entwickeln sich als eigene religionen zutiefst unterschiedlich und haben sich gegeneinander auch heftig bekämpft aber dann kommt auch wieder ein ökumenischer geist auf und von da an spielt der unterschied lediglich eine untergeordnete rolle dieses bekannte bildmotiv zeigt etwa wie konfuzius laote und buddha zusammen einen essig kosten ich vermute es ist eine art balsamico konfuzius findet ihn saurer buddha findet ihn bitter und laote süß das bild erklärt folgendes konfuzius nimmt das leben sauer als pflicht buddha betont das bittere das unerklärliche leid laote aber betont das süße die harmonie der man in der welt allen teilten begegnet und das bild sagt alle drei anschauungen sind als gleichermaßen wahr zu akzeptieren übrigens haben diese drei heilslehren eine gemeinsamkeit die sie gegenüber etwa den westlichen religionen teilen alle drei china prägenden hauptströmungen des geistes betrachten die welt nicht theologisch von einer bestimmten gotteserfahrung oder gotteskonzeption her der philosoph jürgen habermas hat sie darum gedanken religionen genannt religionen vermitteln menschen gute gefühle die leute sagen der glaube gibt ihnen halt macht ihre seele ruhig und dergleichen unter anderem tun dies religionen mit geschichten bei denen am anfang oder am ende alles gut ist volkstümlicherweise erzählt man sich in china geschichten an denen am anfang der zeit über längere zeitspannen hinweg menschen gewirkt haben oder halbgötter oder götter die die kultur gebracht haben denen die jetzt leben es sind drei göttliche erhabene und dann fünf urkaiser die die ehe die schrift die landwirtschaft und so weiter beigebracht haben fachsprachlich bezeichnet man sie als kultur heroen die vorstellung ist dass sie in einem paradiesischen zeitalter gelebt haben in dem die welt noch jung und unverbraucht gewesen ist ein gutes gefühl diese mythologischen figuren sind nun keiner bestimmten heilslehre zuzuordnen sie sind nur ein beispiel dafür wie konfuzianismus daoismus buddhismus eine vielfältige nur teilweise zu ihnen passende volks religiöse praxis gegenübersteht die gottes erfahrungen oder gottes vorstellungen können in verschiedener weise diesen heilslehren zugeordnet werden dann gelten bestimmte gottheiten als konfuzianischer gott oder als buddhistische göttin oder als taoistische gottheit aber die götterwelt ist vielfältig und nicht auf einen einfachen nenner zu bringen es gibt geschichtliche entwicklungen gottheiten können fusionieren oder sich ausdifferenzieren am ende sind die gottheiten so vielfältig wie das leben einen einblick in die chinesische götterwelt verschafft zum beispiel dieses schöne buch eines chinesischen religionswissenschaftlers wobei die jüngste der gottheiten die in china verehrt werden dort noch nicht aufgeführt ist das ist mao zedong der vielfach im volk auch als eine göttliche figur angesehen wird über ihn wird es in folge 66 dieses kanals geht ziemlich zentral in china und nicht weit entfernt von der hauptstadt beijing liegt die stadt langfang kein witz im jahr 2018 also vor zwei jahren hat man dort verboten weihnachten zu feiern die kommunisten fürchteten angesichts von weihnachten um die öffentliche ordnung sicherlich kann man sich über dieses beispiel von behördlicher intoleranz empören und das beispiel ist nur die spitze eines eisbergs von maßnahmen von denen die christen in china ein lied singen können zu denen drangsalierung von kirchenleuten verhaftungen und und sprengungen von kirchengebäuden gehören zu wissen ist allerdings die religiöse intoleranz in china ist nicht erst mit dem kommunismus aufgekommen eine grundsätzliche religionsfreiheit gab es auch im alten china kaum überhaupt war der staat per se keineswegs religionsfreundlich für die meisten zeiten gilt dass die behörden die religionen nach ihrem vermeintlichen nutzen oder schaden eingeschätzt haben immer wenn sich die beamten für etwas besseres hielten als das gemeine volk also praktisch immer konnte es vorkommen dass besonders eifrige amtsträger verfolgungen veranstalteten religiöse gruppen entwickelten von jeher die tendenz in subkulturen auszuweichen es gibt für diese subkulturen die pejorative bezeichnung sekten dass diese gelegentlich eine problematische dynamik besitzen das ist ja auch in europa so bis in die gegenwart sind also in china religiöse gruppierungen verbreitet bewegungen unterschiedlicher couleur vielfach im verborgenen oft sind sie harmlos manchmal aber auch nicht ein liberaler umgang mit religiösen strömungen wir uns europäern als selbstverständlich erscheint würde mit der zeit sicherlich zu weniger underground sekten führen aber womöglich sehen dass die kommunistischen machthaber anders das thema weisheit ist in der wg der religionen eine große sache über die in diesem kanal noch viel die rede sein wird grundsätzlich zuerst einmal alle religionen besitzen weisheitliche traditionen sprüche und lebenslehren die eine tendenz haben in richtung stabilität und kontinuität bei ihnen allen dominieren ältere menschen das bild das große gewicht dass die chinesischen religionen auf dem thema weisheit haben hat man schon lange beobachtet ich denke es steht im zusammenhang mit der großen kontinuität die in china ohnehin vorherrscht so kann der hier gezeigte junge mann zum beispiel behaupten ein nachkomme des konfuzius zu sein es gibt einen lückenlosen familien stammbaum demzufolge dieser mann konfuzius enkel in der 79 generation wäre in europa gibt es wohl keinen menschen mit einem ähnlich langen stammbar der hauptsächliche grund für die große kontinuität chinas ist wohl geografischer art ein einfacher blick auf die karte unseres subkontinents zeigt wie zerklüftet dieser ist in china ist es demgegenüber von jeher einfach gewesen kohärente staatliche gebilde zu schaffen zu erhalten und zu regieren gerade in den früh besiedelten regionen des ostens und der mitte so kommt es überhaupt dazu dass man die geschichte des alten chinas als geschichte von dynastien erzählt und die zwölf wichtigsten dynastien heißen shang zhou zhin han jin sui tang liao zong yuan ming und jing wenn man den wikipedia artikel über jade durchliest stellt man fest was ist für eine diffizile sache mit der mineralogischen bestimmung dieses weißen oder grünlichen oder gelblichen oder bräunlichen steines ist in china gilt die jade als vortreffliches material von einem guten menschen sagt man etwa er habe ein jade herz der stein gilt als hart und weich zugleich und wird somit mit vielen tugenden in verbindung gebracht einer schönen frau mit ebenmäßigen gesichtszügen und reiner haut sagt man auch ein jade gesicht nach und die dem stein zugeschriebene heilende funktion spielt für die hochschätzung des materials eine rolle jade ist damit in besonderer weise für religion und für magie geeignet und zwar bereits seit der steinzeit jadefunde gibt es etwa reichlich aus dem spät neolithischen shimao dessen entdeckung kürzlich für aufmerksamkeit gesorgt hat künstlerisch ist die jade bearbeitung schon frühzeitig auf einem hohen standard rituelle gegenstände wie zum beispiel opfermesser oder ritualbeile werden bevorzugt aus jade gefertigt kreisrunde und mit einem loch in der mitte versehene sogenannte die scheiben spielen unter anderem bei bestattungen eine große rolle zeitweise kleidet man die herausgehobenen verstorbenen in eine art jade rüstung oder jade panzer der sie für das jenseits gut vorbereiten soll aber auch zu lebzeiten spielt im alten china die jade als mittel der sozialen distinktion eine besondere rolle so dass man von einer jade kultur spricht so du bist jetzt hoffentlich erleuchtet worden über die wörter himmel philosophie dreieinigkeit volksreligion subkultur weisheit und jade ich hoffe es hat dir spaß gemacht und du sagst bildung ist doch eigentlich die beste unterhaltung weil nachhaltig die ochsen auf dem bild hinter mir erkläre ich in der folge 68 es soll eine lustige folge sein über tiere in china über drachen und kackende bären und tiere der prostituierten der titel dieser folge soll lauten warum china kein moloch ist und folge 69 ist dann eine art spin-off über den ersten chinesischen kaiser jin she wangi auf seine geschichte am ende der 60er reihe möchte ich hinweisen mit zwei schnipseln aus dokumentarfilmen die ich ganz bemerkenswert finde aber ich verabschiede mich vor den dokus bereits bis dann tschau seiten die stadt schien im westen chinas ist ein touristenmagnet ganz oben auf der liste der besucher etwas außerhalb der stadt liegt ein archäologisches wunder die außergewöhnliche 8000 mann starke terracotta armee die hier vor mehr als 2000 jahren zusammen mit dem ersten kaiser der chin dynastie begraben wurde hier sehen sie die soldaten in drei reihen aufgestellt da vorne steht die avantgarde die artillerie mit pfeil und bogen um als erste die feinde zu stoppen im süden und norden bilden die soldaten auf jeder seite eine linie um feindliche angriffe von allen seiten abzuwehren am ende folgt noch eine nachhut um angriffe von hinten zu verhindern aber die kämpfer der nachhut liegen noch unter der erde müssen von den experten erst ausgegraben werden aber kaum jemand weiß dass nur ein paar kilometer weiter eine andere grabstätte liegt die einen noch erstaunlicheren fund birgt die entdeckung dieser zweiten terracotta armee war eine sensation sie entstand knapp ein halbes jahrhundert nach der des chinkaisers und ist weit entfernt von deren offensichtlicher verherrlichung militärischer mal